Was ist eine digitale Signatur? Wie funktioniert eine vertrauliche Kommunikation? In diesem Video erkläre ich, was die digitale Signatur ist, welche Parameter eine vertrauliche Kommunikation haben muss und welche Rolle dabei Hedgefunktionen haben. Wie können Verträge in elektronischem Austausch sicher gemacht werden, um sich papierbezogene Prozesse zu ersparen? Ebenso erkläre ich den Unterschied zwischen der digitalen Signatur und elektronischen Unterschrift und wie eine Certified Authority rechtssichere Unterschriften ermöglicht. Falls du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um mehr Begriffe aus moderner IT kennenzulernen und auch Digitalisierungsbeispiele anzuschauen. Und jetzt legen wir los! Hallo Freunde! Im digitalen Zeitalter ist es sehr wichtig, miteinander sicher zu kommunizieren. Aber was bedeutet sicher? Kann man sich sicher sein, dass die eigenen Kreditkartendaten auf einer Webseite auf sichere Art weitergegeben werden? Wie kann man einer Kommunikation in digitaler Form vertrauen, dass die ausgetauschten Informationen nicht durch einen Hacker geknackt, gestohlen oder verändert werden? Das ist das oberste Ziel von digitalen Signaturen – Vertraulichkeit. Als weiteres Ziel wollen die sogenannte Integrität. Das bedeutet, wir wollen sicherstellen, dass die Nachricht, die wir empfangen haben, auch genau die ist, die verschickt wurde. Und es geht noch weiter. Wir wollen uns sicher sein, dass die Nachricht auch wirklich von dem Stand, der sich als Absender ausgibt. Das nennt sich dann Authentizität. Keine Sorge, mit den folgenden Beispielen lässt sich das Ganze einfacher verstehen. In unserem fiktiven Beispiel wollen Alice und Bob miteinander sicher sprechen. Beide wissen, dass ganz in der Nähe die Kollegin Trudy sitzt. Trudy ist dafür bekannt, über alles und jeden zu reden und deshalb will sie unbedingt Gespräche lauschen und darüber zu tratschen. Wenn sie aber merkt, dass Alice und Bob so miteinander kommunizieren, dass sie dem Gespräch nicht mehr lauschen kann, wird sie richtig gemein und verbreitet unwahre Informationen, dass sich im schlimmsten Fall Alice und Bob in die Haare kriegen. Damit das nicht passiert, erstellen Alice und Bob jeweils zwei Schlüssel. Einen privaten, in der Abbildung rot markiert, und einen dazu passenden öffentlichen, in der Abbildung grün markiert. Ihren roten, privaten Schlüssel zeigen sie keinem anderen auf der Welt. Ihren grünen, öffentlichen Schlüssel hingegen stellen sie allen zur Verfügung. Hinter den beiden Schlüsseln steckt pure Mathematik. Und die stellt sicher, dass etwas, das mit dem grünen Schlüssel verschlüsselt wurde, nur noch mit dem dazugehörigen roten Schlüssel entschlüsselt werden kann. Nun kann Alice die Nachricht mit dem grünen Schlüssel von Bob verschlüsseln. Damit kann nur er die Nachricht lesen, denn er besitzt ja als ein einziger den zugehörigen roten Schlüssel. Super, wir haben eine vertrauliche Kommunikation. Allerdings steht Bobs grüner Schlüssel auch Trudy zur Verfügung. Somit kann auch sie Nachrichten damit verschlüsseln und an Bob schicken. Und in ihren Nachrichten stehen keine schönen Dinge. Um Bob so richtig zu ärgern, gibt sie sich dabei in den Absendern ihren Nachrichten einfach als Alice aus. Der arme Kerl erkennt diese täuschen Kleider nicht und der Streit mit Alice fängt an. Damit das aber nicht passiert und Bob in Zukunft sicher weiß, dass eine Nachricht auch wirklich von Alice stammt, verschlüsselt Alice ihre Nachrichten aber sofort zusätzlich neben dem grünen Schlüssel von Bob mit ihrem roten Schlüssel. Durch die Verschlüsselung mit seinem grünen Schlüssel ist er der einzige, der die Nachricht lesen kann. Und wenn nun auch noch Alice grüner öffentliche Schlüssel zum Entschlüsseln passt, kann Bob davon ausgehen, dass die Nachricht auch ursprünglich von Alice stammt. Als letzte Möglichkeit könnte Trudy mit viel krimineller Energie nun noch den öffentlichen Schlüssel von Alice, zum Beispiel auf ihrer Homepage, durch ihren eigenen ersetzen. Verschlüsselt sie nun ihre Nachricht mit ihrem roten Schlüssel und mit seinem grünen, könnte Bob wieder fälschlicherweise davon ausgehen, dass die Nachricht von Alice kommt. Damit Trudy auch diese Möglichkeit nicht mehr hat, geht Alice zu einer speziellen Certified Authority, legitimiert sich dort mit ihrem Ausweis und lässt sich somit bestätigen, dass der grüne Schlüssel auch wirklich ihr gehört. Somit kann Bob immer sicher sein, dass die Nachricht von Alice kommt und nur er kann die Nachricht lesen. Das bringt uns die Eigenschaft der Authentizität. Nun bleibt uns eine einzige Eigenschaft, Integrität. Wie können Alice und Bob sicherstellen, dass der Text nicht manipuliert wurde? Dafür machen wir einen kleinen Ausflug und schauen wir uns an, was eine Hash-Funktion ist. Nehmen wir an, wir haben einen Text und wir wollen sicher sein, dass der nicht manipuliert wurde. Dafür existieren sogenannte mathematische Hash-Funktionen, die den Text beliebige Größe nehmen und in eine Hash eine fixierte Größe zerhacken können. Dieser Hash hat folgende Eigenschaften. Diffusion. Selbst kleine Änderung der von zum Beispiel nur einem Buchstaben führt zu völlig anderem Hash. Stabilität. Der gleiche Text muss immer in den gleichen Hash umgewandelt werden. Unumkehrbarkeit. Aus dem Hash kann niemals einen ursprünglichen Text zurückgerechnet werden. Nun kommen wir zurück zu Alice und Bob. Alice kann jetzt dem Text ihrer Nachricht einen Hash bauen und mit ihrem roten Schlüssel verschlüsseln und mit einem zweiten Kanal an Bob schicken. Bob entschlüsselt die Nachricht, berechnet selbst den Hash-Wert und vergleicht ihn mit dem, der er von Alice erhalten hat. Stimmen diese überein, wurde die Nachricht auf ihrem Weg nicht verändert. Hurra, wir haben die Kommunikation. Die besitzt nur alle drei Eigenschaften. Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität. Und das nennt man das eine digitale Signatur. Eine elektronische Unterschrift ist ein Prozess, wie man mit Hilfe von digitalen Signaturen Dokumente signieren kann. Es gibt mehrere Anbieter auf dem Markt, die diese Unterschriften organisieren und als Certified Authority agieren, um rechtssichere Unterschriften zu ermöglichen. Auch diese Prozesse kann man mit Low-Code oder sogar ganz ohne Code abbilden. Schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du ein solches Beispiel sehen willst. Falls dich weitere Begriffe aus der modernen IT interessieren, schau gerne mal in diese Playlist. Ich bin Alexey, bis zum nächsten Mal.